Die Schaukel präsentiert. Marathon, das universelle Aufhängekonzept für dauerhafte Bewegungen und einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Beruf, Haus oder Garten. Herzstück des Marathon ist die kugelgelagerte Lastrolle. Sie bietet perfekten Halt für einen Karabiner. Einfach und sicher. Die hochwertigen Komponenten, symmetrisch arrangiert im formstabilen Gehäuse, garantieren lautlose und stundenlange Bewegungen. In der vorhandenen Rille sitzt der mitgelieferte Karabiner wie auf Schienen. Lasten bis 125 Kilogramm können beim Marathon reibungslos bewegt werden und selbst bei höheren Lasten bietet der integrierte Überlastschutz volle Performance. Ausgelegt für Vorwärtsbewegungen werden seitliche automatisch minimiert. Sie können den Marathon an fast allen Orten befestigen. Einfach hinhalten, kennzeichnen, bohren und festschrauben. Fachgerechte Installationsmaterialien gibt es auf Wunsch dazu. Neben der bekannten Befestigung an Holz und Beton gibt es auch entsprechende Aufhängesysteme für alle Arten von Schaukelgestellen und flexible Lösungen für Balken und Äste. Für ein angepasstes Wohlfühlerlebnis im Liegen und Sitzen. Das Marathon-Aufhängesystem ist in mehreren Ausführungen erhältlich und kann somit perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Standardausführung eignet sich für den unbeschwerten Betrieb sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Lifestyle empfiehlt sich der Marathon in nicht rostender Ausführung. Selbst der Einsatz in Schwimmbädern oder Meeresnähe kann dem Marathon in der hochwertigen Edelstahlausführung nichts anhaben. Sitzfreude bereitet das Marathon-Aufhängesystem durch die neu entwickelte Twin-Doppelfeder. Einzeln oder paarweise einhängbar in die Marathonrolle kann erstmals ein ganzes Federn-System mit unterschiedlichen Gewichtsklassen kombiniert werden. Dieses neuartige Federn-Prinzip zeigt seine Stärken sowohl bei der Ein- als auch bei der Zweipunkt-Aufhängung. Die Twin-Doppelfeder verbindet angepasste Sitzfreude mit formschönem Design. Marathon – das Perpetuum mobile unter den Aufhängesystemen. Die Allround-Lösung für Ihr Schaukelvergnügen.